Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wieder so viele Teams unserem Aufruf gefolgt sind. Ich finde es ganz toll, dass ihr heute dabei seid und dass ihr diese gute Sache noch weiter tragt in die Unternehmen, in eure bekannten Familienkreise, das wäre ganz, ganz toll, dann würde ich mich super freuen. Jeder hat das Recht, in Höhle alt zu werden. Ich wünsche euch allen schnelle Beine, viel Spaß und jeder kann die Chance gewinnen. 3, 2, 1, go! Wir haben im letzten Jahr schon mitgemacht und waren total begeistert von der Aktion. Macht einfach super viel Spaß, es ist ein schönes Team-Event, es ist sehr gut organisiert und dazu tut man noch was Gutes und so passen natürlich die Komponenten. Teamsport und helfen und Spaß haben, es passt gut zusammen und deswegen sind wir mit dabei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020